Bei so vielen Konkurrenten heutzutage müssen Sie sich mit Ihrem Unternehmen ja irgendwie abheben. Und das schaffen Sie auch unter anderem mit unseren Ordnern. Präsentieren Sie sich damit einzigartig oder wie man auf Neudeutsch immer so schön sagt, seien Sie unique. Ja, das schaffen Sie unter anderem mit auffallenden Formen, wie bei diesem Ordner hier. Ein Ordner aus Ihrem übergroßen Produkt. Und falls Sie gerade keine Anwendung als Ordner dafür haben, wirkt er auch super als Werbeaufsteller und Hingucker. Viele verschiedene andere Möglichkeiten und auch eine ganz andere Form bietet dieser Koffer hier. Neben der auffälligen Form können wir Ihren Koffer auch individuell außergewöhnlich bedrucken. So wird er dann zum Werkzeugkoffer, Arztkoffer oder auch Reisekoffer, also so wie er zu Ihrem Unternehmen passt. Wenn Ihnen sowas wie der Werkzeugkoffer gefällt, klicken Sie ganz einfach für noch mehr Möglichkeiten auf das Video mit dem Titel geschlossene Ordnerboxen. Einzigartig können Sie sich auch präsentieren mithilfe außergewöhnlicher Oberflächen. Dieser besteht aus Lederimitat. Für noch mehr andere Oberflächen klicken Sie ganz einfach auf das Video mit dem Titel Oberflächen. Auffällig und einzigartig sind normabweichende Formate. Dabei kennen wir kaum Grenzen. Und noch aufsehenerregender sind solche Stanzungen. Und die können wir auch kombinieren. Bin gleich wieder da. Wenn Sie es nämlich lieber dreidimensional haben wollen, ist auch das kein Problem. Solche Tiefziehteile machen Ihren Ordner unverwechselbar. Aber es muss ja nicht immer super auffällig sein. Sie können beispielsweise auch durch Komfort bei Ihrer Zielgruppe punkten. Dieser Variable Rücken passt sich Ihrem Inhalt an und bietet somit ein sauberes, abgeschlossenes Bild von der Seite. Alleine diese vier Schlitze hier sind selten, dafür aber umso komfortabler. Und wenn das nicht das ist, was Sie suchen, um sich einzigartig zu präsentieren, dann sind es vielleicht besondere Materialien. Dieser Ordner besteht aus transparentem PP-Material mit einem losen Deckel. Einzigartig werden Sie auch durch besondere Mechaniken wie dieser Zeitungsmechanik für die richtige Zielgruppe. Oder auch mit dieser Klemmschiene. Viele verschiedene Mechaniken finden Sie bei uns in dem Video mit dem gleichnamigen Titel. Gerne machen wir Ihnen auch so einen kleinen Produktmusterordner mit besonderen Facetten. Viele, viele Abhebungsmöglichkeiten zur Konkurrenz finden Sie bei uns unter der Produktrubrik einzigartig. Klicken Sie rein und werden Sie unique.